Manche überragen in ihrer Leistungsbereitschaft andere, von dem sie wiederum meist in ihrem Ideenreichtum und Ausdrucksvermögen übertroffen werden. Selten kommt alles zusammen in einer Person, manchmal allerdings schon. In diesem Sinne, und da Sie meine Worte bereits genug während Ihres Studiums gehört haben, bitte ich jetzt hier zu mir auf die Bühne zu kommen und an meiner Stadt seine Gedanken vorzutragen von Henry Crane. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.